Gold, da, da kann ich Cast draus machen. Hallöchen und herzlich willkommen in meiner Galerie, äh, ich meine, zu Minecraft Skysulated Folge 7, 68, verdammt, äh, da ist auch der Wolf, äh, Alter. Ja, da gehen wir mal gucken, gehen wir mal gucken, ja, guck dir das Bild mal an, ob dir das auch gefällt, also, ich hab hier jetzt, wahrscheinlich wirst du es völlig anders sehen als ich, und wir sind hier in die ganze Folge am Raum diskutieren. Was ist das bei dir? Was ist es bei dir? Sag du mal zuerst, was das da heißt. Bei mir ist es eine, eine Burg im Wasser. Was ist es bei dir? Komm, erzähl. Bei mir ist es quasi ein, eine, also eine Steinwand, ähm, auf die mit Blut, ja, auf die mit Blut irgendwelche Runen geschrieben sind und zwei Ketten dranhängen. Also ich find's gut. Echt? Okay, lassen wir's so. Ich find's auch schön. Oh, Mann. Also ich hoff ja, dass das Messerset, dass das das gleiche wie bei dir ist, ey. Das mach ich jetzt nämlich in die Küche. Oh, Mann, sieht das da krass aus. Ah, direkt geklappt. Sehr schön. Guck nochmal schnell. Nee, 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 ich bin jetzt hier am Arbeiten. Ich guck später nochmal. Ich hab ein Messerset in der Küche hingepackt. Ja, und? Sei froh, dass du kein Messerset im Rücken hast. Ein Banner. Wenn ich das jetzt noch auf der anderen Seite hinkrieg. Geil. Sieht's ja richtig Medieval-mäßig. Oh, ich find die Burg super. Ja, die Burg. Ja, die Burg. Ja, bis klar. Da sind meine ganzen Bilder schon wieder. Die stecken hier wieder fest irgendwo. Da ist eins. Aber ich hab drei aufgehängt und fehlt noch irgendwo eins. Liegt bestimmt hier, oder? Ja. Versteckt. Und während dem Teppich wären. Ähh. Banner. Nein. Bamah. Bamah. Beners ist total. Oh, Minecraften siech ungefähr schon so lange nicht mehr. Wie viel brauche ich noch? Oh, jetzt ist es schon weg. Eins, zwei, drei. Das ist ne Idee. Ich mach's auch às sechs, sieben, acht. Acht Stück. Trau ich schon. 10 Prozent. 11 Prozent. So, back to game. ne, Hammer und Meißel brauchen wir nicht da ein brauner Banner und ein türkiser Banner, ja das ist doch geil, ja so gefällt mir das da mach ich sogar mal pass auf, bei mir sieht es wahrscheinlich nachher so aus wie so ein Kindergeburtstagsteil und Screenshots waren F5, nee ne, F5 war keine Ahnung, Screenshots waren F12 glaube ich ach ist egal, ich mach ein Video vom Screenshot was soll denn das, du machst ein Video Video vom Screenshot Screenshot vom Video, verdammt 1, 2, 3, 5 5 Stück noch, ok, kriegen wir, so und was ist mit dem Walross, wollen wir den nicht in den Ärger packen ja wenn du das irgendwie hinkriegst warte, ich guck mal ob das überhaupt geht, 20 Teile von den Dingern hier, oh das dauert ne, da müssen wir 2 Walrosser reinpacken ja dann mach halt noch eins du musst nur 9 Fische fangen, 9 Fische das ist eine Aufgabe ganz normale Fische, ne ganz normale Fische, ja nehm ich auch die ganz normale Angel, die schon kaputt ist die schmeiß ich von der Insel ey, benutze doch so lange, bis du freck bist benutze ich so lange, ja, mach ich auch Tobi, du bist ein Ressourcenverschwender ja, ich lebe in Saus und Braus ja, du lebst als Sau ja, das kann ich jetzt so nicht sagen also ich hab's halt, ne ja, ja, schmeiß die Fufis in den Club und sag ho 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 ho, bitches oh man, diese scheiß Steine hier, ey das macht keinen Spaß sag mal, wir können unsere Fishing Rod doch auch enchanten, oder? na ja, zwei, drei, zwei ich hab ja auch mal überlegt, ob ich das Wasser noch tiefer mache ähm, wenn ich, ähm, ist das strömendes Wasser, wenn ich das tiefer setze? wenn ich das jetzt einfach hier unten wegmach und da unten neu setze? oh, wenn du es unten drunter wegmachst, normalerweise nicht das wird dann zum normalen Wasser, ne, da auch nicht glaube ja müsste ja crazy shit weil dann kann man besser angeln ja, es geht auch so eigentlich miau, 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 miau so, Scotch Bricks, fünf Stück fertig äh, fuck jetzt hab ich noch keinen, kein Output gemacht äh, nicht gut doch, es geht eigentlich auch so, ich brauch das gar nicht tiefer machen alles gut dann mach ich irgendwann noch einen neuen Pool das wär cool der coole Pool die Schneckball und der Brainiac, die haben einen riesen Wasserfall auf ihrer Map, ne? ja, ich weiß ich verfolge ihren Fortschritt quasi täglich ja, mhm, mhm mhm, 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 was brauch ich jetzt, was brauch ich jetzt, Scorch mhm, Train angeln hat ja schon was meditatives, ne? total, okay sechs sechs, sechs Stück traurig noch, okay ach, jetzt komm schon hängt der da äh, jetzt da hat was Club hinter mir gemacht ja, ich bin da weggegangen scheiben, wo nicht ich hoffe, ich kann das Walhaus abbauen ja, das weiß ich jetzt allerdings nicht hab ich nämlich probiert aber, ähm ne, das geht nicht ich nehm mal die Hand dafür ach, ja, mach's dem Walhaus mit der Hand mhm was? okay, du bist ne Sau ich habe ganz gefecht Walhaus extra Celsa, aha geht's, geht's, geht's komm, komm, ich bin immer noch am hauen oh, es ist weg ooooh, jetzt brauch ich nochmal neun Fische extra oh, meeein du machst alles kaputt, was ich müde nicht aufbraue du kaputt machst, ja ein Fisch ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch ich dachte, da wäre gerade ein Ender aber nein das ist nur ein, äh, wie heißen die? weggegangen ah ja, ja, stimmt ein Fisch, ja das ist richtig so, unser Hochofen und unser, 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 äh Deep Tank ist fertig ah, schöne Minecraft Musik es wird immer meditativer ah, Mist ich bin jetzt gefangen nicht mal ein Schuh ich höre gerade keine geht mal pennen ne, ich geh nicht habt ihr Overflow? ah, Mist drei Fisch ist erst alleine bringt's nicht viel ja, komm, lass ein paar Ender spawnen das brauch ich noch das, das, das ich räume jetzt mal gerade ein bisschen mein Inventur auf let's fish ach komm, oh, Jackpot, gleich zwei komm, einer geht noch gib ihn oh, einer geht noch einer geht noch rein nee, 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 nee Kann ich mal kreuzweise muscheln, hehehe, alter Muschler. Wieso kommt da kein Fisch? Ich werfe nochmal raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie ging denn das da nochmal? Äh, Rezept. Komm schon. Ach, wie schön, dass jetzt Tag geworden ist. Ah, da brauche ich ja noch Redstone. Okay, da dran hängt's. Und hier unten vielleicht noch Redstone in der Technik? Ah, ich angel einen anderen Mal weiter. Ja. Wird's zu gefährlich? Nee, zu langweilig. Achso. Ich glaube, oh, was, 29? 86, eine Ender-Lily. Also, gut. Ja, aber ich glaube immer noch, dass Ender-Farm schon effektiver ist. Ja, aber es geht ja nicht, wenn andere immer pennen gehen. Das ist ja das Problem. Aber wir haben, glaube ich, wieder einen Ender. Ender, 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 Ender. Oh. Jetzt habe ich kein Obsidian-Schwert mehr. Nee, hatte ich nie. Hallo. Würde ich mir aber gerne machen. Moin, alles klar oder was? Haben wir noch Obsidian? Ja, läuft, läuft, läuft. Läuft, läuft. 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 Ja, ich bin unterwegs. Läuft. 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 Wo bist du? Ich hau dich mit der Schere um. Also die Bilder passen auf jeden Fall toll hier rein. Ja? Ja. Gut. Das eine Bild ist ein sterbender Baum, das andere Bild sind Ketten. Du hast nur solche Bilder, kann ich sagen. Ja, keine Ahnung wieso. Ich mag den Notpack. Was hast denn du für einen Resourcepack? Den Resourcepack. Pumo, du fragst mich was. Lass mich mal schnell schauen. YC Mixpack 416. Jadecats Wolfhound Zortex Gedöns. Okay. Weiß ich Bescheid, ne? Weißt du Bescheid, schatzlein. So, wo sind denn unsere... In der kleinen Riste? Ja. Da haben wir Tool Rod Pattern, das ist schon mal gut. Und wir haben Full Guard Cast. Wofür ist der denn? Full Guard Cast? Ich glaube, die musste ich nur für ein Quest mal machen. Ja, ne, die haben wir nur bekommen, als Questbelohnung. Ja, das kann auch sein. Was für ein Schwert nehme ich denn? Das Broad Sword braucht den White Guard. Willst du dir eine Waffe machen, oder was? Ja, aber nur für das Bessere. Machst du den Greaver. Greaver? Greaver, ja. Den Dagger, oder? Ne, den Dagger nicht. Ein Greaver. Was ist das? Eigentlich, äh, oh wie, keine Ahnung, wie das deutsche Wort ist, aber ist auf jeden Fall die beste Waffe eigentlich. Also ich hab hier Broad Sword, Long Sword, Rapier und Dagger. Kein Greaver? Ne. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man den als Cast machen. Ne, den kann man ja nicht. Wenn ich hier die Pärta... Der ist, ah ne, der ist nur in der verbesserten, ähm, Dings drin. Der ist in der eigentlichen gar nicht drin. Ich will ein normales, ähm, normales Long Sword. Ne, mach dir doch direkt den Greaver. Wie denn? Warum denn nicht? Ey, du brauchst dafür dann nicht die, äh, normale Toolstation, sondern es gibt noch eine bessere Toolstation. Du meinst die für die, ähm, für die, ähm, für die, ähm, für die, für, 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 für die... Tinker, äh, da, 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 ne, nicht Stencil Table. Wo ist denn das Ding? Ich mach schon mal ein Tool Rod, äh, Cast. Hab ich jetzt überhaupt keinen Cobblestone dabei, ne? Hab ich hier noch welchen? Hab ich bestimmt alles weggeschmissen. Ja, hab ich weggeschmissen. Ne, doch, hab ich weggeschmissen. Das war was anderes. Dann hol ich mir mal ein Shift-Links-Klick war das für einen, ne? Ja. Mhm. Wo ist denn jetzt dieses Ding? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Weil die Framerate lässt mich im Stich. Hm. Keine Ahnung, wo das Teil jetzt ist. Aber normalerweise gibt's dann... Na gut, kann natürlich sein, dass es den hier nicht gibt. Das ist durchaus nicht so abwegig. Dann mach ich mir doch einen Guard. Einen normalen Guard. Guard, 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 Guard. Äh, Obsidian kann ich ja hier auch am Stencil Table... Am, 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 an der, ja, am Stencil Table soll ich schon Part-Builder machen. Das geht ja bei diesem Tinkers, komischerweise. Das geht bei meinem Tinkers nämlich nicht mit Iguana Twix. Iguana Twix. Okay. Twix. Rider heißt jetzt Twix. 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 Exciting. Da haben wir auch noch keine Schwert... Schwertform. Na gut. Das ist ein Schwertform? Eine Schwert... Ein Schwertform, genau. Damit wir... Schwertsparen. Spenden die jetzt! Für unseren Schwertform. Ja, weiß ich. Ähm, Toolstation bräuchte ich nicht. Äh, Stencil Table. Und da ist bestimmt noch einer drin. Mach dein Handy jetzt nicht mal aus. Unglaublich. Nein, du hörst das nicht. Klar, hörst du das. Echt? Ich hab echt ein geiles Mikro, muss ich sagen. Du bist einfach nur ein Idiot, der sein Handy nicht ausmachen kann. Na, Tür zu. Tja, wird jetzt ignoriert. So sieht das aus. Ähm, ähm... Was ist das denn? Einen Screwgun? Aus Bibliocraft? Keine Ahnung. Okay. Ich werde das verdammt lernen, Mann. Erstmal einen... einen kleinen Guard. Handguard. Wie groß mal reicht das? Wie groß mal reicht das? Und dann muss ich mir noch einen Pattern erstellen. Äh, da. Ein Pattern war entweder aus vier... Stöckern? Ja, ich glaub, aus vier Stöckern. Unser Pattern, ich mach Pattern. Was? Ach so. Ähm... Das kommt auch weg. Dann mach ich mal vier Pattern. Mal ein bisschen Vorrat. Patterson und Findus. Next Pattern. Pattern, Pattern, Pattern. Da ist er, da. Approvised. Sword Blade Pattern. Gut, nehm ich. Kinsey goes PvP. Den, 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 den. Und bekommt eine Smile. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein. Zehn Blöcke. Das ist doch eigentlich ganz okay. Halt, Bilder. So und so und so und so und so und so. So und so. Das raus. Gut, das... Ich, wofür sind Stone Shards? Soll ich die aufgebaren oder können die weg? Die aus Tinkers. 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 Hä, ne. Ach, ne, ah, ne. Die bleiben übrig. Die bleiben übrig. Ja, die, daraus kannst du genauso wie aus Steinen Teile machen. Das ist einfach nur ein halber Stein. Oh. Ja. Was natürlich immer einen neuen geholt. Ja, es ist ja auch... Komm, die kommen in den Müll. Ist egal. Du bist ein Ressourcen-Verschwender ohne Ende. Ich kann die ja auch in die Lava-Bucket hier schmeißen. Hm. Wage zu bezweifeln, dass das funktioniert. Na, mal ausprobieren. Probieren geht über studieren. Versuch, macht klug. Geht nicht. Hat der von Goku immer gesagt. Schmeiß dich für die Fischis zum Spielen ins Wasser. Was? Oh, fischi, fischi. Da ist ja ein Vakium. Hoppa. Dann hol den Scheiß da raus. Nicht, dass uns Fische flöten gehen, weil der Vakium, Hoppa, kein Platz, also die Kiste voll ist. Was können wir jetzt eigentlich mit diesen Fischen machen? Oh, wir haben ja einen Zweed. Wir können die später was greeden. Ja, da ist ja auch noch Weed und... Frag mich doch einfach was und dann hören wir nicht mehr zu. Ach, das wäre schade. Okay. Entschuldige. Ich packe das Weed da rein. Ähm, was können wir dann, die können wir züchten und dann? Dann haben wir ganz viel Fische. Und dann? Dann können wir daraus Ressourcen bekommen. Ah. Zum Beispiel Enderperlen, Netherrack. Enderperlen? Ja, geht auch. Hör auf. Da brauchen wir aber Enderfische für. Die kommen halt nicht so extrem häufig. Ah. Gold, da kann ich Cast draus machen. Cause you are gold. Gold. Gold, always believe in yourself. You got the power to go. Gold, and it's tractable. Always believe in. Ah, das ist schön. Da kann ich nachher die Soundspur dran festen. Cause you are gay. Oh Gott, das passt sogar. Oh mein Gott. Äh, scheiße. So, Tool Rod. Woraus mach ich den? Eisen ist eigentlich gut. Ja, aber nur eigentlich. Ah, hör auf. Wir haben kein Eisen da drin. Ja, dann mach halt Eisen. Aber Gold hat natürlich mehr Style, ne? Gold ist quasi direkt kaputt. Gold hat so ne geringe Haltbarkeit und ist einfach nur kacke. Sieht halt nur blinky, blinky aus. Ich muss das Nickel rausholen. Sonst hab ich gleich Inver. Dann nimm doch einfach Inver. Ist Inver besser als Eisen? Ja. Na, dann packe ich den wieder rein, den Nickel. Wieso steht da eigentlich Nickel? Das ist doch bei mir auf Englisch. Wo war ich denn da? Äh, vielleicht ist Nickel auch Englisch? Und warum heißt das Ferrero, Ferrero's Block? Warum heißt das Ferrero? Ferrero, 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 Ferrero. Wo haben wir denn hier? Iron, Iron, Iron. Wir haben auch schon lange nichts mehr gesiebt. Ich glaub, das muss ich... Ich vergesse immer, wie man Fenze macht. So, okay. Ja, Fenze, keine Schwenden. Hm? Was? Wie bitte? Ist ja widerlich. Ja, weil jeder hat das, was er gut kann. Oh, wenn die gelieft haben, dann kann ich ja die Gunst der Stunde ausnutzen. Hiya, Bubu machen! Hiya, Bubu! So, wie sieht's eigentlich mit der Zeit aus? Das kommt mir schon so lange vor, dass wir spielen. Wir sind bei 19 Minuten. Es ist nicht mehr so lange, aber wir haben noch etwas Zeit. Schön. Komm! Kommt gleich Iron Gravel rein, wir sind ja nicht... Wir haben's ja. So. Ich hab schon wieder Netawarzen. Hast du ne Salbe dafür? Nee, nee, nee. Mist. Stell's halt in die Scheune zu den anderen. Okay. Ach, hast du in der Scheune gelagert? Ach, da ist sogar noch Inva. Sehr schön. Dann nehm ich mal Inva. Mal gucken, was das bringt. Da steht ja der Hand. Ah, kann man nicht. Geht nicht. Ich muss schnell, Ferro. Wie viel sind das hier jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ach, hab ich gemacht. Ist alles gut. Ich hol nebenbei noch ein bisschen Nickel raus. Dann kann er das nicht verbinden. Bin auf der sicheren Seite. Also Inva geht nicht. So wie ich das gesehen hab. Inva geht wie? Wie Inva geht nicht? Ähm, als Teil... Ach so, dass es sich verbindet? Oder, warte mal, vielleicht hatte ich's auch falsch ausgewählt. Ne, geht nicht als Tool, Rod oder Blade. Okay. Blade brauch ich auch gar nicht. Vielleicht geht das als Inva? Ne. Oh nein! Hab ich's kaputt gemacht? Iron? Dadam! Blood? Iron! Ähm... Ingoth. Ingoth. Och nee! Ingoth, so heißt's. Hä? Eisen muss doch gehen. Was ist da? Wuiiii! Kann das auch mal schneller gehen? Immer noch ein Ingot! Jetzt hab ich 17, sehr schön. Oh, freck! Das ist ganz schön tricky. Ist meine Montage schon wieder voll, oh mein Gott. Da ist mein Ironhand-Guard. Gut, das kommt da hin. Dann hab ich... Ach ja, Tool-Rod-Guard-Pattern-Cast. Kann weg. Hä? Achso, Stone... Ja, falls mal... Egal, krieg ich da rein. Und unten braucht eigentlich keiner. Dann hab ich den noch, den muss ich gleich zum Schwert machen. Und dann hab ich gleich ein schönes Schwert hier. Was machst du da? Oh, wir sind schon bei 21 Minuten. Wir müssen gleich aufhören. Oh nein, ich mach nochmal ein Schwert. Mein Schwert. Ja, aber überzieh nicht. 21 Minuten 30 sind wir sogar schon. Ich überziehe nie. Ja, 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 ja. Obsidian Sword-Blade. Wunderbar. Ähm, das kommt nicht da rein, weil es nicht passt. Mist. Ähm, was kann denn raus? Stone Slap, Cobblestone Slap kann in den Neta. Strings kommt unten zu Mod-Drops. Gunpowder auch. Slimeball auch. Oak Sapling kommt da rein. Das kommt da rein. Äh, Sugarcane hab ich sowieso dabei. Raw Plastics. Bleibt erstmal drin. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz in der Kiste. Warum auch immer. Äh, 22 Minuten? Ja, du bist ja mit Abmorden dran, oder? Ne, ich bin mit Abmorden dran, ne? Stimmt, du bist dran, ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr dürft mir jetzt noch dabei zugucken, wie ich mir mein Schwert baue. Aber nicht wie ich es an dem Slime, den ich gerade hinter mir höre, zerstöre. Äh, was? Den Slime zerstöre. Ich kann immer nicht denken und reden und Abmorden reden. Okay, halbe Minute. Halbe Minute noch, ja, da können wir doch noch was reißen. Wo ist der Slime? Oder hast du... Ich hab den Baum abgebaut. Oh, clever Mädchen. Okay, kein Mob zum Umhauen. Dann seht ihr das nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren und Liken nicht vergessen. Mich und den Druck haben wir deswegen auch. Macht's gut. Ich hau mich nicht. Ich hab ein Schwert in der Hand. Tschüss. Ciao. Ah, das tun nicht mal zu...